Ich bin jetzt für den 1. Kill. Ich bin jetzt für dich und ich bin jetzt für dich. Okay, sehen wir, ob ich jetzt mal den 1. Kill machen kann. Tja! Ui! Nein! hab ich mich erschrocken ich hab nur das Geräusch auf einmal gehört kommst du jetzt in der Masse? wir haben mit Maske und Sonnen drin das ist das allergeilste alter ich hab dich angesprochen was ist das denn? er kommt mit respawnschuss vor mir oder was? was ist das so frustrierend wenn wir ein Messer anheben hauen? NEIN! Dreh dich doch nicht um! ich hab nicht gehört ja und gab trotzdem weitere ja knife only bockt dich scheiße das war ein ninja await oh man du bist so ein Pussy spaste er wird einfach stehen da lalal du wirst doch irgendwie gegen your left ankommen der mangelnde Pussy ja er krauscht da rum er siehs ja siehs ja das siehs ja das mal so eben nebenbei FUCH! NEIN! was war für ein Fell? ja respawnschutz du wichser ah du Peller mein killstick oh shit ich kann nur Messer wenn andere Leute mit Waffen spielen stimmt das kann ich auch besser hey wer ist ne Lysium aua nein ich glaub ich sollte echt ohne Scheiß erstmal meinen Kaffee ausdrinken lol ich bin voll vor die Wand geklascht ganz dagegen fällst um ey hey du hast doch du hast spawnschutz und rennt weg alter das sag nix oh get money du brauchst keinen Schinn setzen hey hinter dir kann man sich im Sprung nein nein schade Cabo führt what the fack doch bist du asozial alter ich verleg dir die Insta da auf den Waffen da hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet das ist so unfair ich hab mich doch auch schon ein paar mal hingelegt keiner hat schon ausstatus gemäß gesagt ich hab's gemerkt aber hey das ist gar nicht mal so ne dumme Idee wenn man's rechtzeitig durchzieht das hat dann in der ersten CWT hat das Anhänger gemacht Hammer mies das hört doch grad an da läuft mir doch irgendwann 20 Minuten ach fuck ach was du bist gar nicht tot ich dachte da liegt ne Leiche verdammte scheiße ach was du ach fuck ach du aber hart dann lagen glaube ich 3 Typen oder so und was du das Leiche ach von wo denn alter du bist bei mir gar nicht im Bild oh nein ne bin ich fertig ich darf mich ja vielleicht nein wofür bist du eigentlich F12 meine Hacke du wieso legst du dich nicht mehr an ach mach das hier das komm noch mach mit E oder mit Linksklick Linksklick man ich hab das Messer so ausgepackt ich hab dich doch gewinnen können ich hab dich doch gewinnen können ich hab dich doch kaputche holen kapro noch ein kill naaah oh ich hab dich doch einen geholt von 11 ab 17 noch sehr nice sehr nice ich hab dich doch Vielen Dank.